Was ist die Wernenthal-Eisenbahn? Also die Wernenthal-Eisenbahn, eine wunderschöne Kindheitserinnerung, Dampflokomotiven von Weigoldshausen bis nach Gemünden, so eine Querverbindung zwischen der Schweinfurter und der Würzburger Hauptstrecke. Und als Kinder sind wir sehr oft gefahren. Und deswegen habe ich ein kleines Lied über die Wernenthal-Eisenbahn gemacht. Und da kommt sie schon. Vor Weigoldshausen über den Schnee, bis nach Gemünner drinnen am Mien, Diesel und Dampflokf immer g'von'n, wie du ne Wärntal-Eise-Bahn. Der Schocknetz wiegt gleich und ne Pilett und mich der Schätzle mit der Papett. Noch geizem Pfiff, noch Pferdsel-Bahn, wie alt der Wärntal-Eise-Bahn. Na zischt und dampft und rollt, se gemüt li' im Dock. I drück ma' an der Scheuwe, die Nose mir blacht. In Gane wird die Schranke vom Michelroh gedreht. Na pfeift die Lok so laut, dass mich im ganze Wärntal hört. Sing dein Lied, sing dein Lied. Piesfalt und Tünger bis nur zum Meer, wovon die Schiffli, wo löllet die. I war sogar noch weiter g'von'n, over Gemünheit in Station. Da ih fleucht schnell mal noch mal die Uhr. Da an ne hupft gern min Känguru. I möchte lock'när und den Waggon von ne Wärntal-Eise-Bahn. I bräuchte lock'när und den Waggon von ne Wärntal-Eise-Bahn. Sing dein Lied, sing dein Lied. G. G. Untertitelung des ZDF, 2020